Blizzard hat einen neuen Hotfix für Diablo 4 rausgebracht. Es sind interessante Sachen mit dabei. Was sich genau geändert hat, zeige ich euch in diesem Video. Bleibt gespannt. Servus Wanderer, willkommen zum nächsten Video. Heute habe ich für euch einiges. Nicht nur den Hotfix, sondern man kann auch coole Cosmetics abstauben. Sind zeitbegrenzt, wer da rankommt, zeige ich euch gleich. Und top habe ich für uns einen Clan aufgemacht. Könnt ihr gerne beitreten, gleich dazu mehr. Und zu guter Letzt bin ich auf eure Meinung gespannt zum Spiel. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corfeus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Sind auch schon viele Videos zu Diablo 4 draußen. Gerne vorbeischauen. Ich beginne mit dem Clan. Ihr könnt gerne beitreten. Einfach in die Suche eingeben. Wings of the Heaven, so heißt der Clan. Ohne Beitrittsanfrage senden. Ihr werdet dann bestätigt. Der Clan dient natürlich dafür, dass man eben schneller andere deutschsprachige Leute findet. Miteinander zocken kann, sie einladen kann. Wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, könnt ihr einladen. Oder zusammen eben allgemeine Verliese laufen. Mit Sicherheit seid ihr hin und wieder auch mal mit mir unterwegs, wenn ich irgendeinen Albtraumverliese laufen möchte. Dann kann ich auch einfach mal einladen. Und dann könnt ihr natürlich mit dabei sein, falls ihr Bock drauf habt. Bin gespannt, wie viele von euch in den Clan reinkommen und wie die Konstellation ist. Wie viele Necros gibt es? Wie viele Jäger oder Zauberer? Oder vielleicht ist auch ein Druide mit dabei? Oder Barbar? Bin ich gespannt. Ansonsten könnt ihr gerne in die Kommentare eure Meinung zu Diablo 4 reinschreiben. Gefällt es euch oder eher nicht? Ich werde jetzt gleich über die Patchnotizen drüber gehen. Dann könnt ihr zuhören und nebenher schreiben. Bin echt gespannt, wie das Spiel bei euch angekommen ist. Werdet mir alle durchlesen. Ich beginne mit den Bossänderungen. Da gab es zwei Anpassungen. Nummer 1 war für die Weltenbosse auf der Weltenstufe 3 und 4. Dort wurde nämlich die Levelreichweite von den Bossen erhöht. Ich denke mal, dass sie mit jedem Spieler einfach besser skalieren. Die zweite Änderung betrifft den Pinnacle-Boss. Das ist der wahre Endboss. Der kommt weit nach der Story. Ist Level 100 und man kann ihn nur in Weltrang 4 besiegen. Von ihm wurde der Schaden erhöht, aber sein Leben verringert. Finde ich krass, da er scheinbar davor schon ordentlich Schaden ausgeteilt hat und sich einige Spiele umgeskillt haben, um eben sich defensiver zu machen, um den Boss zu schaffen. Bin gespannt, wenn ich so weit bin, wie es ist, gegen ihn zu kämpfen. Vor kurzer Zeit wurde dieses Verlies mit diesem Pinnacle-Boss auch komplett blockiert, gesperrt für alle Spieler. Keiner durfte mehr rein, denn es gab da ein Loot-Problem. Und zwar ist da scheinbar ein Helm gefallen, der ultra stark war. Und zwar auf alle Skills plus 4 Punkte gegeben hat. Ihr seht es hier mal eingeblendet, war ein Twitter-Post. Und da hat dann Blizzard reagiert und sofort den kompletten Dungeon des Verlies dicht gemacht, dass keiner an diesen Helm rankommt und ihn farmen kann. Wie sie das jetzt abgeändert haben, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dieses Verlies mittlerweile schon wieder online ist, auch mit diesen Boss-Up-Änderungen oder ob es immer noch blockiert ist. Bin leider noch nicht so hoch im Rang und kann es euch nicht genau sagen. Ich kann mir mal vorstellen, dass es jetzt mittlerweile wieder aktiv ist. Änderungen gab es auch bei den Verliesen. Die Spawn-Rate von Elite-Gegnern wurde in Verliesen weiter angepasst. Ob das Ganze nach oben oder nach unten geht, stand leider nicht mit dabei. Ich bin extra zwei Verliese gelaufen, ein normales Verlies und ein Albtraumverlies auf der Stufe 9. Mir kam es jetzt vor, als würden weniger Elite-Gegner spawnen. Kann aber auch einfach Zufall sein. Schreibt gerne in die Kommentare rein, ob ihr einen Unterschied merkt. Als nächstes wurde ein Bug behoben, der dafür sorgte, dass in mehreren Verliesen die Spieler an einen falschen Ort teleportiert wurden. Ich glaube, ich hatte das Problem nur einmal. Dann hat Blizzard einen unendlichen XP-Farmspot aus dem Spiel entfernt. Man konnte bei der bebenden Masse immer wieder die Fliegen töten, die das Teil gespawnt hat. Und so sich unendlich Erfahrungspunkte eben erfarmen. Hört sich für mich persönlich jetzt nicht krass an. Das sind immer einzelne Fliegen, die kommen. Kleine Gegner. Ich glaube nicht, dass man da wirklich krass Erfahrungspunkte farmen konnte. Ich finde es eigentlich relativ lustig. Wenn man natürlich sehr viele vielleicht davon hat, lohnt es sich eventuell. Oder man kann es AFK machen. Ich finde, es sieht aber einfach nicht krass aus. Da lohnt es sich, glaube ich, eher ganz normal zu spielen. Ab sofort geht das Ganze nicht mehr. Die Fliegen kommen nur noch am Anfang in ein paar Stück Spawnen. Und danach macht das Monster nur noch explodierende Attacken. Klassenänderungen gab es ebenfalls. Bei der ersten musste ich richtig schmunzeln. Die Abklingzeitverringerung von den weiterentwickelten Schraubklingen entspricht jetzt dem Tooltip. Im letzten Patch gab es ja eigentlich einen Nerv für die Schraubklingen, dass die Abklingzeit eben nicht mehr so krass ist, wenn sie zurückkehren. Aber scheinbar sind die Werte gleich geblieben, nur haben sich die Werte im Tooltip verändert, also dass da andere Zahlen stehen. Die alten waren aber weiterhin aktiv. Damals hatte ich euch auch gefragt, merkt ihr einen Unterschied zwischen den neuen und alten Schraubklingen? Da hat einer von euch reingeschrieben, nee, funktionieren bei mir immer noch gleich. Coole Sache natürlich, weil die alten Werte noch drin standen. Jetzt sollte man auf jeden Fall einen Unterschied merken. Eine Änderung gab es auch beim Aspekt der instabilen Infusion. Nur nutzbar vom Jäger, eine Infusionsfähigkeit löst eine Infusionsexplosion aus, die natürlich Schaden macht und den gleichen Schadenstyp verursacht. Scheinbar hat dieser Aspekt übermäßig profitiert durch andere Schadensverstärkungseffekte. Das ist jetzt nicht mehr so, also der Aspekt ist schlechter geworden. Ich habe ihn leider nicht getestet, hätte gerne den Unterschied gekannt. Als nächstes komme ich zu den vier zeitbegrenzten Gegenständen. Ich habe sie mir schon abgestaubt, ihr seht sie hier auch eingeblendet. Als allererstes gibt es einen Dolch und ein Schwert, wie gesagt, beides kosmetisch. Könnt ihr bei den Klassen ausrüsten, die eben diese Waffen auch tragen können. Und als nächstes gibt es einmal für den Totenbeschwörer und für den Jäger eine Rückentrophäe. Das finde ich richtig cool. Ihr seht sie hier ingame beim Totenbeschwörer, die sieht echt richtig nice aus. Und als zweites gibt es dann eben diese Box noch für den Jäger auf dem Rücken. Wie kommt ihr an diese vier kosmetischen Gegenstände ran? Und zwar müsst ihr einem Streamer auf Twitch zuschauen, der Diablo zockt. Außerdem müsst ihr euer Blizzard-Account, euer Konto eben, mit eurem Twitch-Konto connecten. Und dann funktioniert das Ganze. Für diese beiden Waffen müsst ihr drei Stunden einem Streamer zugucken. Und dann nochmal weitere drei Stunden für diese zwei Trophäen. Ich habe das Ganze einfach im Hintergrund laufen lassen, nebenher, wo ich auch gezockt habe. Und dann ging das eigentlich ratzfatz. Und wie gesagt, sie sind zeitbegrenzt. Ihr könnt sie nur abstauben bis zum 12.06. um 8.59 Uhr. Falls ihr keinen Streamer kennt, wo ihr zuschauen möchtet, könnt ihr gerne bei meiner Freundin vorbeischauen. Ich habe sie unten in den Kommentaren verlinkt. Sie streamt auch jetzt aktuell. Wer möchte, kann gerne reinschauen. Falls ihr vorbeischaut, lasst auf jeden Fall einen Gruß da. Wird mich mega drüber freuen. Bin auch gespannt, wie eure Meinung zu Diablo 4 ist. Mich hat das Spiel komplett abgeholt. Ich finde, es ist richtig gut gelungen. Ein Kollege von mir ist sehr viel am Meckern, auch mit der Balance der Klassen. Aber im Gesamten muss ich ehrlich sagen, das Spiel ist richtig nice gemacht. Natürlich hatte ich auch den ein oder anderen Absturz. Aber was man alles in dem Spiel machen kann, wie die Klassen funktionieren. Es gibt so viele unterschiedliche Klassen. Und die spielen sich auch alle anders. Man kann die Skillbäume schön runterskillen. Es gibt richtig coole Skills für alle Klassen. Man kann viel rumtesten, neue Rüstungsteile finden, legendäre mit Sondereffekten. Alles mögliche upgraden, die Rüstung eben massiv verbessern. Sein Bild eben aufbauen, dass man eben durchs Game deutlich besser durchkommt. Und dann gibt es halt auch noch zig Aktivitäten, die man abschließen kann. Erstmal ist es in der Open World für mich sowieso cool. Man hat keine Ladezeiten zwischendrin. Kann alles eben frei bereisen und verschiedenste Aktivitäten abschließen. Ob es jetzt zum Beispiel die Story ist oder zum Beispiel die Flut. Oder zum Beispiel irgendwelche Verliese, normale, um eben irgendwelche Fähigkeiten, Aspekte zu bekommen. Oder man geht in den Albtraum-Dungeon rein, um da nochmal ein bisschen mehr rauszukitzeln. Schauen, wie stark man eben ist. Und holt sich da nochmal ein bisschen besseren Loot raus. Hat eine höhere Chance dafür. Allgemein einfach ein extrem geiles Spiel. Und ich freue mich sehr auf die Zukunft. Sieht natürlich auch rosig aus. Denn es ist halt ein Langzeitfaktor mit dabei. Durch die verschiedenen Seasonen. Und man kann eben immer zwischen den Charakteren wechseln. Verschiedene Builds ausbauen. Viel ausprobieren. Und ja, freue mich einfach auf die nächste Zeit. Und es ist auch eine nette Abwechslung, wenn es eben nichts gerade bei Monster Hunter eben kommt. Eine Runde hier Builds aufzubauen. Und zu schauen, was die Klassen eben drauf haben. Wie man da die Bosse zerstören kann. Morgen kommt schon ein extrem cooles Endgame-Video für den Jäger raus. Der Schaden ist nicht normal. Gibt hier mal kurz eine kleine Einblendung. Wie ich den Boss auf Weltrangstufe 3 zerstört habe. Der glaube ich 8 Level über mir ist. Wer das nicht verpassen möchte, kann gerne mit einem Abo dabei bleiben. In Zukunft kommt auf jeden Fall einiges zu Diablo 4 raus. Wird fester Bestandteil bei mir auf dem Kanal werden. Macht es einfach extrem viel Spaß. Macht, ich hoffe das Video hat euch gefallen und informiert. Wünsche euch ein babamäßiges Wochenende. Ansonsten wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Can I Cover.